Horst Janssen ist tot. Der 65-jährige Künstler starb in Hamburg an den Folgen eines Schlaganfalls. Janssen hatte sich weltweit als Zeichner, Grafiker und Maler einen Namen gemacht. Falten wie Ackerfurchen, blau unterlaufende Augen. Horst Janssen hat nichts beschönigt, schon gar nicht, wenn er sich selber malte. Wie ein Besessener hat er gearbeitet. 20.000 Zeichnungen und Aquarelle sind es mindestens geworden, dazu 3.000 Radierungen. Geboren 1929 als Sohn einer Schneiderin in Hamburg, früh stirbt die Mutter, den Vater hat Horst Janssen nie kennengelernt. Ein Stipendium verhilft ihm zum Studium an der Hamburger Kunstschule. Hier, in der Abgeschiedenheit seines Ateliers in Blankenese, entstanden auch die so typischen Janssen-Landschaften. In der Regel malte er sie aus dem Gedächtnis. Gemalt, gezeichnet, entworfen, hat er eigentlich immer auch stutztrunken, die allzu große Lebenslust ertränkt. Laster und Liebe, das gehörte bei Janssen eben zusammen. 1993 macht die Stadt Oldenburg ihn zu ihrem Ehrenbürger. Auch die wichtigen Kunstpreise wurden ihm verliehen. Melancholiker, Exzentriker und vor allem unermüdlicher Schöpfer, mit Horst Janssen verliert Deutschland einen großen Künstler.